Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Dienstag, dem 12. März 2019. Ihr hört die Geek Talk Daily 579 und wir haben die folgenden Themen dabei. Oder ich zumindest. DHL, It's No Showtime, Gesicht, Skype for Web und Lidl. Ich beginne gleich mit DHL und die haben für Privatkunden im letzten August, September ein Angebot rausgehauen, wofür sie und wo sie gegen die Schweizer Post angingen. Das heisst, man konnte auch als Privatkunde Pakete über DHL an private Leute oder an Firmen schicken. Das heisst, man durfte sich im Web ein Ticket ausdrucken lassen, also ein Label, das man dann auf ein Paket klebte, dann bei DHL vorbeibringen und schlussendlich wurde das dann ausgeliefert. Beworben wurde das, dass es nicht erst am nächsten Tag, sondern auch bis um Mitte 20 Uhr ankommt. Also somit halt ein bisschen schneller. Was wahrscheinlich den Ausschlag gegeben hat, die Preise zwischen einer normalen Geschichte über die Post, wo es immer am nächsten Tag ankommt, oder über die Möglichkeit, wo es über DHL ging, sind nicht wirklich frappierend, sodass sich wahrscheinlich der bequeme Herr und Frau Schweizer nicht unbedingt darauf eingestellt hat oder das Ganze nicht so genutzt hat, wie es DHL wollte. Denn der Dienst wird oder wurde jetzt ab sofort eingestellt. Die dazu extra ins Leben gerufene DHL Parcel.ch Domain ist schon abgeschaltet und oder besser gesagt umgeleitet und wird mittlerweile auf die DHL Express Seite geschickt. Da ist das Ganze dann ein bisschen, wenn nicht sogar deutlich teurer und somit für Privatkunden nicht mehr lukrativ. Für das muss man dann schon eben im Business sein, also eine Firma sein und eine gewisse Anzahl an Pakete versenden, damit da die Preise auch wieder interessant werden. Im Laufe des gestrigen Abends hat Apple die Einladungen rausgehauen. Jetzt ist definitiv am 25. März wird die nächste Keynote in Cupertino, genauer gesagt im Steve Jobs Theater, stattfinden. Der Event hört auf den Namen It's Showtime und angekündigt wird, ja, ein dunkler Apfel auf dunklem Hintergrund. Wir dürfen gespannt sein, was da alles zu sehen sein wird, ob auch Hardware mit dabei sein wird, wissen wir nicht. Wissen wir erst, wenn es wie immer bei Apple, wenn es das Event da ist. Was ziemlich sicher ist, ist, dass eben die ganzen, ja, Videostreaming-Geschichte vorgestellt wird. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufen, zum einen hier natürlich im Daily, aber auch im grossen News-Format, wenn wir dazu was wissen. Und ja, bitte, macht euch die Gefallen und lest die nächsten zwei, doch zwei Wochen, nicht die ganzen, ja, Gerüchte-Seiten, weil da, die werden sich jetzt noch mehr überschlagen, als sie das bis jetzt schon getan haben, mit den ganzen News darum. Samsung Galaxy S10. Das neue Smartphone-Flaggschiff aus dem Hause Samsung, ja, das hat ein Problem anscheinend, denn die Gesichtserkennung schwächelt wie schon bei den Vorgängermodellen. Es soll anscheinend möglich sein, da gibt es Videos im Netz dazu, dass man mit einem einfachen Foto das Ganze entsperren kann. Es gibt auch Geschichten, wo Brüder untereinander das Telefon gegenseitig sich freischalten konnten und solche Geschichten sind natürlich dann nicht ganz so toll, würde ich doch sagen. Von dem her eigentlich nicht mal ganz so schlecht, dass da auch ein Fingerabdruckscanner drunter ist und bei den grossen beiden Modellen ist das sogar nicht nur ein einfacher Fingerscan, sondern einer, der über Schallwellen geht. Das ist dann deutlich sicherer als eben diese 2D-Erkennung. Als Vergleich zum Beispiel das Face ID beim Apple iPhone und beim iPads logischerweise. Das ist eine 3D-Gesichtserkennung und nicht nur eine 2D-Erkennung. Wir gehen weiter mit Microsoft und die stellen ein bisschen was ein. Wer Skype nutzt, kennt es vielleicht oder auch nicht. Die gibt es ja natürlich in Apps für Windows, für macOS, für Android, für iOS etc. Und es gibt auch eine Web-Version. Wer also einen Rechner hat, wo er vielleicht nichts installieren kann oder darf, wie auch immer, der kann das Ganze über das Web nutzen. Jetzt aber nicht mehr ganz so einfach, denn in Zukunft wird hier nur noch Microsoft Edge, also der Browser aus dem Hause Microsoft, sowie Google Chrome, was ja in Zukunft beides das Gleiche ist, weil Microsoft ja auf die Google Chrome Engine setzen wird in Zukunft. Nicht mehr dabei ist Firefox, Opera und Safari. Diese Browser werden da nicht mehr unterstützt. Und schön, vor allem wenn man bedenkt, dass ja die Skype-Nutzung im Vergleich zu vor 10 Jahren deutlich nachgelassen hat. Da hätte man sich vielleicht einen Dienst machen können, indem man das Ganze breiter belassen hätte. Wir gehen noch zum letzten Thema und das ist Lidl. Wir hatten es schon mal, oder war das Aldi? Nee, ich glaube Lidl. Die möchten ein E-Ladesäulennetz aufbauen in Deutschland. Genauer gesagt, bis und mit 2020, im März 2020, will man 400 E-Ladesäulen quer über Deutschland verbaut haben. Im Schnitt sind das zwei Ladesäule pro Filiale, womit dann zwischen den ganzen Filialen maximal 50 Kilometer Distanz von einem bis zur nächsten Ladesäule kommt. Somit sollten ja so ziemlich alle deutschen Immobilitätslösungen auch abgedeckt werden. Gut, die haben ein bisschen mehr, glaube ich, 100 Kilometer oder 200. Auf jeden Fall dürften die ein bisschen mehr haben, aber die Idee finde ich toll. Das sollten mehr Firmen und oder Läden tun und es sollte Lidl, da sie ja schon die Schweiz verschandelt mit ihren lustigen Filialen, auch hier umsetzen, weil auch das können wir gebrauchen für all diejenigen, die kein Tesla fahren und da andersweitig auf Möglichkeiten der Stromsuche angewiesen sind. In diesem Sinn, das waren es, die Themen, die ich heute für euch bereit hatte. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch morgen, am Mittwoch wieder dabei seid, seid, sind, ja, Deutsch, morgen früh. Ich wünsche euch einen schönen Tag, viel Erfolg, vor allem auch in der Rechtschreibung, die ich nicht so beherrsche. In diesem Sinne, euer Pogipsi, bis dann, tschüss. Hört mehr Geek Talk.